»Und du, mein Junge?« Sie tätschelte dem Jül die Wange. »Du nimmst jetzt ein paar Groschen und machst uns ein bisschen Musik.« Charlie hatte die Gläser hingestellt. Die Wirtin griff eins. »Prost. Wie heißt ihr?« Langsam verstand ich, warum es Stefan in diesem Lokal gefallen hatte. Wir tranken. Ich stellte mich vor, dann der Jül. »Es tut uns außerordentlich leid, Nefra. Gleich beim ersten Auftritt.« »Ach was. Ich kenn doch den Burschen. Jede Woche schmeiße ich ihn einmal raus, weil er Theater macht. Ein ehemaliger Artist.« Sie schlug wieder auf Jül's Schulter herum. »Allerhand, dass du den umgehauen hast, mein Junge.« »War die Dame seine Braut?« »Die? Die war schon oft Braut. Die will zum Film.« »Sollte lieber schneidern.« Ich erklärte ihr die Zusammenhänge des Krachs und woher ich die Dame kannte. »Reinhold. Ja, ich habe es gelesen. Ich habe ihn gut gekannt. Herr Armel, lieber Kerl.« »Ich, ähm... Wir sind gekommen, um etwas zu fragen. Eigentlich Ihre Frau Mutter. Und jetzt haben wir gehört, dass...« »Also es tut uns genauso leid wie um Stefan, Nefra.« »Bestimmt, Nefra.« »Ist nicht zu ändern!« »Ist nicht zu ändern.« »Ist nicht zu ändern.«